Fünf YouTuber, Fortnite, aber jeder hat super Items. Standardskill, André, Odoman, Zewel und ich. Wer zuletzt zwei Runden als letzter überlebt, gewinnt. Lass jetzt ein Like da, abonnier den Kanal, denn ab 982.000 Abonnenten zeige ich mich. Und Creatorcode Braxis-YT nicht vergessen. Okay Leute, überall hier auf der Karte sind irgendwelche Knöpfe, die ich finden muss. Und die geben mir Superpowers. Oh, hier ist ein Knopf. Wir haben 300 AP, meine Gegner Standardskill, André, Odoman und Zewel. Wer wird das Ganze gewinnen? Was habe ich bekommen? Flugstunde, okay, das ist ein Gerät. Wir brauchen aber natürlich auch Materialien, weil wir müssen gleich bauen. Ich brauche einen Back-Knopf. Oh, hier ist auch ein Knopf, was ist das denn hier? So, wir müssen aufpassen. Ist hier irgendwas? Nein, hier ist nichts, ich muss gucken. Hier ist schon einer. Oh, oh, und die Zone kommt gleich in zwei Minuten. Ich habe einen dicken, fetten Chak-Chak. Tür ist auf. Ah, ah, lass mich in Ruhe, ich habe dir nichts getan. Ich mache gleich Flugstunde an. Wo sind die Knöpfe? Ich brauche Knöpfe. Ich habe nichts. Ich habe keine Waffe. Bro, kriege ich auch eine Waffe hier? Ausgetrickst. Bro. Ja, ich habe nichts. Bro, ich habe nichts. Was ist das denn jetzt hier? Was ist jetzt los? Was ist das jetzt? Was geht denn jetzt ab? Oh, mein Gott. Wichtige Shots. Ja, die Waffe ist so übel, so viel. Guck dich das an. Ich kann mich unendlich heilen. Gefettfinger hat, gefettfingert, gefettfingert, weil ich keine Metz mehr hatte, Mann. Das kann doch nicht sein. Ich muss mich... Okay, wer ist das hier? Wer ist hier im Gebüsch? Wer ist hier im Gebüsch? Einer ist hier im Gebüsch. Hier ist doch einer. Okay, wir müssen aufpassen. Man hat 300 HP. Oh, mein Gott. Ich habe Angst. Wer schießt denn da hinten? Und wo? Ich sehe die nicht. Ich esse noch eine Banane. Einfach zu meiner Sicherheit. Und ich brauche unbedingt Metz. Okay, wer hat diesen NPC hier gespawnt? Haben wir ihn denn mal auch kurz erledigt? Oh. 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 Oh, mein Gott. Er hat diese blöde Waffe. Ich muss mich wieder heilen, Leute. Ey, das ist so ehrenlos, Mann. Wer hat das? Bro, wie viel Leben haben die? Ich bin hinter dir. So. Wo ist der hin? Da ist Breakfast. Oh, mein Gott. Zehn Sekunden muss ich ab von dem Fahndrehen. Zehn Sekunden muss ich ab von dem Fahndrehen. Lass mich in Ruhe. Ach so, das ist ein Grösche. Ah, er schießt auf sich. Oh, ich muss hier den Dings mitnehmen, Leute. Ich muss hier rein. Du kommst mir, du stichst mir in den Rücken, ich stich dir in den Rücken. Das ist kein Problem für mich. Ah, rip. Oh, 121er, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wer schießt denn von da hinten? Das kann ja nur Stanni sein. Royat Füsche. Royat Füsche. Wie OP ist das denn? Nein, was? André hat gewonnen. Oh, mein Gott. Was hast du denn für einen OP-Loot, André, Alter? Junge, André, Alter. Ich habe OP-Eis, Bro. Ja, ja, ja. Komplett. Komplett. Das war's, Jungs. Okay. Krank. 1-0 für André. Best of three. Let's go. Die zweite Runde beginnt. 1-0 für André. Und wir müssen uns erstmal direkt knüpfen. Guck erstmal, wo die anderen landen. Die anderen landen alle da. Ich lande am besten am grünen Haus. Hier ist auch direkt schon ein Knopf. Bitte kriege ich was Gutes. Bekomme ich bitte was Gescheites und nicht irgendwie einen Schali wie gerade eben? Oh, okay. Jetzt habe ich ja diese blöde Waffe bekommen. Ich will keinen. Wo sind hier Knöpfe? Ich brauche Knöpfe. Bitte. Nein, er hat eine MP, Freunde. Wie stark. Lass das doch sein, André. Oh, lass das doch sein, André. Oh, Flugstunde. Okay. Flugstunde ist wichtig. So. Junge, du bist so ein... Geh schlafen, Bro. Wirklich. Den jage ich jetzt. Dich jage ich, mein Freund. Aber warum kriege ich so schlechte Waffen? Der hat mir nicht geskiddet. Ich habe meine Flugstunde. Wenn jemand auf mich schießt, ich habe die Flugstunde. Ich will nicht der Einzige sein, der nicht fightet. Wer ist hier? Hier ist einer. Hier drin ist einer. Wir machen das mal so. So. Aber die Waffe, die wir auch haben, die ist auch echt eklig, Leute. Uh. Er drückt den Knopf. Was will er jetzt? Hau mir. Bitte geh weg, Briggs. Bitte. Hier. Ist hier ein Knopf? Hier war schon jemand, oder? Hier. Hallo. Ich fluch. Ich fluch. Und dann werde ich einfach auf Zell gehen, dass er wieder ausrastet. Weil der hat gerade schon umgeheult, Leute. Ich bekomme wieder so einen blöden Charlie, Alter. Lass mich in Ruhe. Ich habe Familie und Kinder, die ich ernähren muss. Oh. Schon wieder eine Pump. Ist die besser? Okay, die ist besser, glaube ich. Oder? Ja, ich werfe die weg. Ich will die nicht haben. So. Wir müssen auf ihn gehen. Ich gehe jetzt auf ihn. Wo ist der? Ich habe keine Metz. Ich muss nach oben. Metz. Wir brauchen Metz. Oh, Metz. Bitte. So. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Ich kann eh nichts machen, weil ich habe das Eis. Okay. Guck mal, wie er abhaut, Leute. Guck mal, wie er abhaut. Ich kann noch mehr. Steini geht noch auf's heaven. Oh nein, wir haben geteamworked Warte, lass Freunde sein Lass keine Freunde sein Das war Spaß Aber ganz schnell hier weg Aber ganz schnell hier weg Aber ganz schnell, Stanley, lass mich in Ruhe Oh Mann, ey Ich brauche Leben Ich kann nicht mehr Warum ging es nicht? Das ist bodenlos Das ist eine Frechheit Das ist eine Frechheit Okay, GG, Stanley Ey, ich bekomme nur Kacke, Mann Meine Tatsache vor Ort ging einfach nicht Das ist so frech Mann, Junge, ich bekomme nur Kacke Ey, es gibt einen Knopf, ne Wirklich, ich kenne den selber nicht Der löst den Nuke aus, ne Oh mein Gott, den finde ich jetzt Den finde ich jetzt Es gibt wirklich einen Knopf, der den Nuke auslöst Eins, Stanley, eins, Andre, 0, 0 Die anderen, alle, alle anderen drei Okay, Leute, die dritte Runde Wenn jetzt Stanley oder andere gewinnt Dann ist es vorbei Ich muss aufpassen Ich darf nicht neben Leuten landen Wir müssen auf jeden Fall versuchen Irgendwie insgeheim auf Team zu machen Hier ist einer bei mir Juri, ich habe einfach die gleiche Hä? Ich habe die gleiche Waffe, WTF? Kommen überall die gleichen Waffen raus? Warte mal Warte mal Warte mal Ich gehe mit Brakes zusammen Ich gehe mit Brakes zusammen Savile kriegt jetzt richtig auf die Fresse Sobald ich irgendwas habe Nämlich ihn so auseinander, Freunde Jiga Ich bin halt auch dumm Ich habe ihn getroffen Sehr gut, sehr gut Er ist nur noch Blue Die gehen alle auf Savile Das ist Cheaten Auf höchstem Niveau Wir cheaten gerade alle Die gehen alle nur noch auf Savile Hä? Wir haben drei Freunde Okay Wir dürfen ihn nicht gewinnen Lass diesen Knopf Den drücke ich jetzt kurz Ja, ich kann nicht rausgehen Solange ich mich nicht geheilt habe Ich habe einfach nichts, Mann Warum? Ey, was machen die? Hahaha Hallo, was geht? Ich habe gar nichts Ich gehe gleich raus, Digga Nein, ich gehe gleich raus, Digga Was macht ihr da? Was macht Odoman und Brakes eigentlich da? Ich habe nichts gemacht Ich war gar nicht dabei Ja, spielt, spielt Ja, stimmt Was? Was? Nein, Odoman Bro Ja Du bist hier in meinen Fisch gelaufen Ja, Stani hat gewonnen Ja, Stani hat gewonnen Stani hat gewonnen Ach, also ich weiß nicht Oh mein Gott, Digga Habe ich schon wieder gewonnen? Ja Du hast schon wieder gewonnen Und damit hast du halt gewonnen, ne? Wie? Du hast gewonnen Leute Unfair Wenn dir das Video gefallen hat Lasst ein Like, abonniert den Kanal Und checkt auf jeden Fall die Jungs ab Und damit würde ich sagen Du checkt nicht Seville ab, wie hast du schlecht Checkt alle nicht ab Egal aus dem Hals, Digga Ja, das ist nicht Oh, wie schlecht Du bist Seville, wo ich schon raus Ja, ich habe nichts Ey, ich gucke auf einmal Alle fangen an sich zu ducken Du A** Hey, Grinch-Praxist Du bist mein Lieblings-Tuber, bitte Ey, ich kann es gerade nicht Don't buckle